Die USA verhängen ein 30-tägiges Einreiseverbot für Reisende aus Europa. Die Maßnahme im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie solle von Freitagmitternacht an gelten, sagte US-Präsident Donald Trump am Mittwochabend in einer Ansprache. Die Reisebeschränkungen gelten nicht für US-Bürger, die in ihre Heimat zurück wollen. Großbritannien sei von den Einschränkungen ausgenommen. Ein EU-Diplomat erklärte, man sei nicht vorab über die Maßnahme informiert worden. In den USA sind bislang mehrere Dutzend Menschen an einer Coronavirus-Infektion gestorben. Mehr als 1.000 haben sich nach offiziellen Angaben angesteckt. Das öffentliche Leben wird zunehmend von der Epidemie beeinflusst. So wurden Großveranstaltungen abgesagt. Die Basketball-Liga NBA hat bis auf Weiteres alle Spiele der laufenden Saison ausgesetzt. Die Basketball-Liga NBA